Regelmäßige Bewegung und gesunde, frisch zubereitete Lebensmittel sind fixe Bestandteile im beruflichen und privaten Leben von Arabelle Kammler. Die vielgereiste Wienerin ist gelernte Köchin, Absolventin der Tourismusschule Modul, Ernährungs-, Fitness- und Mentaltrainerin, Unternehmerin und Inhaberin der Bell Group, die aus Fitness-Bell, Mama-Bell, Gastro-Bell und Gastro-Bell Light besteht. Und die wichtigste Aufgabe von allen, sie ist alleinerziehende Mutter ihrer Tochter Bella, die schon früh mit gesundem Lifestyle in Berührung kam und bereits bei dem einen oder anderen Projekt mitwirkt. Gemeinsames Workout gehört selbstverständlich dazu. Die Organisation dieser vielfältigen Aufgaben erfordert entsprechendes Zeit- und Energiemanagement. An erster Stelle steht dabei die eigene Balance. Arabelle selbst hält sich mit Ausdauer- und Krafttraining alleine oder mit Kollegen fit. Outdoors beim Laufen oder Indoors beim Spinning, bei Tabata, Yoga oder am Pilates Reformer in ihrem exklusiven Personal Trainerstudio im vierten Bezirk in Wien. Ihr ist wichtig, dass sie alles, was sie vermittelt, auch selbst anwendet und vorliebt. Als Trainerin berät sie ihre Kundinnen ausführlich und stellt individuelle Programme zusammen. Die Übungen werden unter ihrer fachkundigen Anleitung durchgeführt und zeigen rasch Ergebnisse bei der Verbesserung des Wohlbefindens. Nicht nur privat, sondern auch Firmenkunden profitieren vom Wissen der Expertin. Ernährungsexperten an der Seite zu haben und natürlich die Arabella an der Seite zu haben, ist das Beste, was man sich wünschen kann als Koch, weil ich kriege quasi die rohen Knochen vorgeworfen und dann mache ich ein Gericht draus und habe natürlich ihre Inspirationen und meine Inspirationen, die aus meiner Familie und das funktioniert miteinander. Und da haben wir dann Dinge, die jedem schmecken. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung vermittelt sie, wie sich verbesserter Lifestyle im oft turbulenten Alltag umsetzen lässt. Arabells kompetentes Trainerteam kommt für Inhouse-Fitnessstunden auch direkt zu den Firmen. Die Themen ihrer Vorträge und Online-Webinare umfassen Stressmanagement, Fitness und Ernährung mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit. Spezielle Kochworkshops für Erwachsene und Kinder, deren Ziel die ideale Verbindung von vollwertiger Nahrung und Genuss ist, erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Catering-Bereich versorgt sie Events mit bis zu 500 Besucherinnen mit wohlschmeckenden, gesunden und optisch ansprechenden Speisen. Als Location für Hochzeiten und Veranstaltungen kann das Schloss Hollenburg der befreundeten Familie Geimüller in Krims gebucht werden. Speziell für Einzelpersonen wurde das Gastrobell-Light-Konzept entwickelt, das Menüs in der richtigen Nährstoffzusammensetzung bereits fertig zubereitet, direkt nach Hause oder an den Arbeitsplatz liefert. Es ist nicht nur wichtig, dass wir uns gut bewegen oder viel bewegen, sondern es ist auch wichtig, dass wir gut essen bzw. das richtige Essen. Planung, Einkauf und Kochen werden übernommen. So einfach kann gesunde und ausgewogene Ernährung sein. Arabells liebhafter Vortragsstil und die praxisnahen, leicht umsetzbaren Tipps und Tricks machen sie zur gefragten Expertin in Printmedien und TV. Langjährige Kooperationen mit namhaften Firmen aus dem Gesundheitsbereich, wie dem Kompetenzzentrum für Darmgesundheit, ermöglichen eine stetige Vergrößerung der Reichweite, um noch mehr Menschen zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren. Für das Abnehmprogramm Fettkampf mit Ö3-Ernährungscoach Harry Leskowitsch konnten sogar Prominente wie Schauspieler und Kabarettist Christoph Felbel gewonnen werden. Das, was für mich natürlich auch eine Motivation ist, abgesehen davon, dass ich die Arabell als Gastrobell und als Fitnessbell kenne, dass sich das beides nicht ausschließt. Ganz im Gegenteil, dass das wirklich zusammenfindet und vielleicht auch in meinem Körper zusammenfindet. Nein, das finde ich sehr schön. Das finde ich großartig die Kombination, dass sie großartig kochen kann und dass sie das machen kann. Menschen aller Altersstufen für einen leichteren Lifestyle zu begeistern, das sieht Arabell als ihre lohnende Lebensaufgabe. Mit der Unterstützung von Profis und maßgeschneiderten, verlässlich in den Alltag integrierbaren Schritten sind Gesundheit und Fitness für jeden möglich und machbar. Arabell steht nie still und entwickelt und plant viele weitere Projekte. Aktuell arbeitet sie an ihrem ersten Kinderernährungsbuch und an einem Gesundheits- und Lifestyle-Magazin namens Alive für ein TV-Format, das sie auch mitmoderiert. Wer mehr von ihr sehen möchte, kann sie auf ihrem YouTube-Gesundheitschannel gemeinsam mit ihren Kollegen und Partnern sehen. Arabell bringt alle Eigenschaften mit, die eine erfolgreiche Unternehmerin und ein guter Coach haben muss. Sie ist verständnisvoll, committed und wirklich zielorientiert.